Hallihallo Leute und Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play Wir spielen jetzt doch Minecraft im Singleplayer, ich habe mich irgendwie doch dazu entschlossen mal ein Minecraft Singleplayer Let's Play zu starten Und das werden wir jetzt auch tun, wir erstellen uns unsere Welt im Singleplayer Create a new world Wir nennen die Welt einfach Let's Play Welt oder Let's Play World Let's Play World Äh ne, nicht so, so rum So, alles natürlich im Survival, ähm, mal gucken, was man hier noch machen kann, äh, das ist auf jeden Fall an Ähm Große Biome, ja, das ist neu, wir machen einfach mit den ganzen neuen Features Wenn man sie schon hat, benutzen wir sie auch, genau wie die Anfangskiste da für, ähm, besser Pussy sein, keine Ahnung Äh, nein, ne, das sind Cheats, hier ist die Chest, habe ich mir jetzt verlesen, macht nichts Ähm, Seed geben wir nicht ein, ich möchte einfach mal gucken, was passiert, wenn ich einfach so die Welt generiere So, createn wir die Welt auch direkt mal Das dauert jetzt ein bisschen, ich habe irgendwie fünf Frames, keine Ahnung wieso, wegen den, bestimmt wegen den mega fetten Biomen Habe ich keine Ahnung von, aber, ja, wir werden einfach mal sehen, wie das gleich wird Und ich rede irgendwie lauter und wieder leise, lauter und wieder leise, keine Ahnung, ist irgendwie, weil ich neue Kopfe habe und ich mis- Ich schaue einfach mal hier ein bisschen mich um Vielleicht finde ich die ja hier irgendwo in der Umgebung Denn das ist das Erste, was wir machen sollten Wir sollten auf jeden Fall zuerst Die Chest suchen Und über Schweine eingesperrt In den Bäumen, das ist auch irgendwie neu, Seite 1.3 Im Dschungelbiom werden irgendwie Schweine immer in den Bäumen eingesperrt, wenn man eine neue Welt erstellt Oder passiert das auch so? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall passiert das Und ich sollte erstmal die Chest suchen Wo ist die? Wir brauchen unsere Chest Nicht, dass sie jetzt irgendwo auf dem Baum steht, ne? Das wäre nicht so schön Auf jeden Fall ist hier schon ein Blatt runtergefallen Das heißt, hier oben muss da irgendwas passiert sein Aber so wie es aussieht, nichts Ich baue mich schon einfach mal hier runter Ich baue einfach mal einen Baum ab Der sieht so aus, als ob er nur ein Block breit ist Dann baue ich den einfach mal ab Dann haben wir schon mal ein bisschen Holz Und dann können wir auch hier schon mal Im Dschungel unser erstes Haus bauen Ich denke, ich baue ein Baumhaus Das ist das Beste, was ich hier im Dschungel machen kann Und ich möchte auch gerne im Dschungel bauen Irgendwie gefällt mir der Dschungel Und hier werden wir auch unser erstes Haus errichten Das wird wie gesagt ein Baumhaus Denn im Dschungel kann man am besten Baumhäuser bauen Denke ich nochmal, ne? Und wieso ist hier ein normaler Baum? Im Dschungel? Ich weiß es nicht Und wieso fälle ich gerade den normalen Baum ab? Hä? Ich blick gar nichts mehr Ich baue den jetzt erstmal ab Noch ein bisschen weiter abbauen Bis zum Boden natürlich Bis kein Holzblock mehr da ist So Wieso ist hier ein normaler Baum? Spawnen die seit neuestem auch im... Ja, die spawnen so wie es aussieht Seit neuestem auch im Dschungel Trotzdem möchte ich jetzt gerne mal die Chest finden Die habe ich jetzt extra eingestellt Damit ich die habe Aber so wie es aussieht Ah, hier sind schon mal Die neuen Schokodinger Die möchte ich aber auch gerne haben Komm her Drei Stück Bringen die Kleinen auch was? Ja, die Kleinen bringen auch Nicht runterfallen Das ist gut im Dschungel Hier haben wir auch immer schön den Zugang zu diesen Schokobohnen Oder wie er da ist Was das heißt Ich glaube es sind Schokobohnen Aber wir suchen uns auf jeden Fall schon mal Einen Baum Wo wir drauf leben werden Und ich denke das wird der hier sein Weil der nicht so hoch ist Ich möchte auch nicht zu hoch wohnen Und ich denke dass das dann das Beste ist Insofern ich da irgendwie hochkomme Und mich nicht hochbauen muss Aber ich denke ich mache erstmal Auf jeden Fall hier das normale Holz Damit baue ich mich gleich auch sofort hoch Aber ich möchte die Chest finden Ich möchte unbedingt die Chest finden Kann auch in Bäumen sein Im Dschungelbiom Soweit ich weiß Vielleicht finden wir ja irgendwann Im Laufe des Let's Plays Hier sind wir irgendwo gespawnt Vermutlich hier drauf Und da muss hier irgendwo auch die Chest sein Verschwinden wir ja in der Nacht Ich laufe auf jeden Fall erstmal jetzt hier ein bisschen rum Am liebsten würde ich Schafe finden Oder wollen wir da vorne unser Haus hinbauen Die bauen wir sehen noch besser aus Wir gehen da rüber Wir gehen auf jeden Fall hier rüber Hier so zwei Inseln Das sieht sehr schön aus Dann gehen wir auf jeden Fall da hin Irgendwie ist mein Mikrofon etwas leise Ich hoffe das wird sich im Ja im nächsten Part Oder in der nächsten Aufnahmesession Irgendwie ein bisschen verbessern Denn ich möchte euch jetzt nicht zumuten Immer nur ja Mit leiser Stimme mich zu hören Das ist ja nicht das Das wir wollen Und ja Ist halt so So wir gehen jetzt auf jeden Fall hier hoch Ich werde aber erstmal nochmal den Baum hier Ne 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 Ich werde mir zuerst eine Kräftenkeble bauen Aber bevor ich das machen werde Gehe ich erstmal hier hoch Insofern ich irgendwie hoch komme Hier komme ich wohl nicht hoch Dann müsste ich erstmal da hinten rum gehen Das werde ich jetzt auch sofort machen So hier gehen wir hoch Dann gucken wir direkt mal auf welchen Baum wir drauf können Schaf Perfekt Perfekt bleibt hier Perfekt Hier sind Schafe Crafting Cable bauen Sticks bauen Crafting Cable hinsetzen Ein Schwert machen Und jetzt Schafe schlachten So die töten wir jetzt schnell Eine Wolle Hier sind auf jeden Fall noch zwei Stück Aber wo Hier sind Ah ne hier ist nur eins Stopp stop stop Noch eine Wolle Noch eine Wolle brauchen wir Hier sind aber schon mal Schweine für Essen Ist auch schon mal perfekt Aber wir brauchen noch eine Und hier ist ein Riss Das kann ja nicht besser werden hier Auf jeden Fall hier noch mehr Schokobohnen Nimm es auch mit Hier auf jeden Fall noch ein Schwein Ah Schon ein Schaf Wo bist du Hier ist noch ein Schwein Komm her Komm her Komm her Schwein Das Schaf ist irgendwo hier Irgendwo hier in dieser Richtung Ach da Das ist so eingesperrt Okay Töten wir das Und dann haben wir genug Wolle Für ein Bett Dann werde ich erstmal jetzt noch Mit einer Axt machen Damit das alles nicht so lange dauert Mit den Holzfarmen Und ich sollte gleich auch sofort was essen Von dem Fleisch Das wir haben Aber ich sollte auch jetzt eben Ebenfalls mal diesen Baum hier fällen Damit ich noch ein bisschen mehr Holz habe Und auch ein bisschen verschiedenes Holz Damit ich oben auf dem Baumhaus Nicht nur aus einer Holzsorte bauen muss Für mehr das Baum Nicht aus einer Holzsorte Bauen muss So Den Baum fällen wir aber noch Oh Gott Nicht hochklettern So Hoffentlich komme ich bis ganz oben ran Ich denke mal Das klappt aber Es sollte eigentlich klappen Komm 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 So Den auch noch Ah da ist noch eins dran Dann springen wir erstmal drauf Nehmen das noch mit Fällen den dann ab Und dann können wir uns schon hochbauen So Auf welchen Baum gehen wir Ich würde sagen auf den hier Jo auf den hier Den da Wie hoch komme ich Ich hoffe ich komme hoch genug Oh Gott So Ich gehe einfach erstmal hier hoch Oh Gott So Jetzt muss ich nochmal mit euch hochklettern Ich hatte das Holz nicht Griffbereiten konnte Deshalb Nicht Bauen So Das machen wir noch kaputt Und dann Sollte ich mich erstmal hier hochbauen Und ich würde sagen Wir würden ganz oben bauen Oder Ja ganz oben würde ich sagen Das Holz mit dem wir uns hochbauen Baue ich später nochmal ab Brauchen wir nicht schon Unbedingt So Dann Dahin Oh Gott Das geht nicht Nein Kann ich mich Nein Ich muss das nochmal hier unten hinbauen Oder warte ich noch das so So Und dann baue ich das hier ab Dann geht das viel einfacher Und ich rede immer noch irgendwie was leise Ich weiß nicht woran das liegt Das ist irgendwie ein bisschen scheiße Ich muss das Mikrofon demnächst ein bisschen lauter stellen Dann geht das wieder alles So Ich baue mich jetzt zuerst mal hier hoch Irgendeinen Weg nach unten Den baue ich später Wir müssen hier oben erstmal einfach Oh Gott Ich muss essen Ich muss unbedingt essen So Dann haben wir schon mal eine geile Aussicht Auf das riesige Dschungelbiom Und ich denke Ich werde Mir jetzt hier oben erstmal So ein kleines Haus drauf bauen Erstmal nur wirklich ein ganz ganz kleines Worauf ich dann irgendwie ein bisschen leben kann So Dann baue ich das hier auch noch rüber So dann hätten wir das schon mal Der Boden wird natürlich aus einem anderen Holz gemacht Denn sonst sieht das irgendwie ein bisschen Ja Nicht so schön aus BTF war das andere auch Dschungel Egal Dann haben wir halt nur das hier Dann mache ich das erstmal provisorisch Einfach nur aus dem auch noch Aus dem auch noch Auch nur aus dem So Hier auch noch zumachen So So und so Ein bisschen Kann man ja drin lassen Ein bisschen von dem Gestrüpp Das muss auch ein bisschen gut aussehen hier Oh Gott Ich fahre gleich runter Ich fahre gleich runter Oh fuck Oh fuck Ähm So Baue ich das erstmal ab Da verliere ich halt zwei Aber ist ja nicht so dramatisch So hier baue ich schon mal einen Ausgang Und ich sollte jetzt auf jeden Fall Mich beeilen Mit dem Haus Denn es wird so langsam Nacht Und wir werden sterben Scheiße Fuck Ich hab nicht genug Holz Und ich hab mein ganzes Holz verschwendet Oh nö Oh nö Oh nö Ne 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 Hier rüber Und schnell Holz holen Hier ist Holz Perfekt Das krallen wir uns dann noch ganz schnell Komm 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 Ich brauch Holz Ganz viel Holz Ganz viel Holz Ganz viel Holz Mehr 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 Ich darf nicht Ich darf nicht sterben Ich brauch auf jeden Fall mehr Holz Komm 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 Noch eine Schicht Ich denke ich werde ich mich runter Ah ich hab die Axt Ich hab hier die Axt Das mach ich schon noch schnell mit der Axt Alles schön mit der Axt abfällen So Das mach ich schon mal zu normalem Holz Ich muss gucken wie ich wieder hochkomme Auf die andere Seite Oh fuck Aua Aber so klappt das schon mal Dann kann ich hier schon mal hochgehen Wir sind wieder drüben Perfekt Dann sollte ich mir jetzt erstmal Die Crafting Table hier irgendwo hinsetzen Und ein Bett machen BTF Das eine Schaf hat keine Wolle gedroppt Nein Scheiße Da baue ich wenigstens schon mal mein Haus zu Damit hier schon mal keine Monster reinkommen können Das wäre dann nämlich gar nicht schön Wenn wir hier plötzlich irgendwelche Monster drin hätten So Das geht auch nicht ganz egal Auf jeden Fall haben wir schon mal hier ein bisschen Viel haben wir noch nicht Aber wir haben ein bisschen So ich sollte jetzt Den Baum wollte ich eigentlich stehen lassen Aber der muss wohl doch weg Da werde ich mein Haus irgendwie Doch nicht nach da vergrößern oder Oh doch der Baum So wie er jetzt steht Wird er wahrscheinlich stehen bleiben Auch wenn er gerade Viel Scheiße Viele Blätter verliert Egal ich werde den hier unten abfällen Aua Den werde ich jetzt komplett aufholzen Den werde ich jetzt komplett aufholzen Ja so ist es dann einfach Ich brauche ganz ganz viel Holz Ganz viel Holz für meine Pläne Und sobald wir unser erstes Haus gebaut haben Und auch schon ein bisschen Auf eigenen Füßen stehen Dann werde ich auf jeden Fall Schon mal direkt in den Riss gehen Und den Riss erkundigen Damit ich dann auch schon mal Ein paar geile Sachen bekomme Wie zum Beispiel Cobblestones und Geile Erze Vielleicht sogar auch schon Smaragd Das sind ja die neuen Neuen hier Die neuen Steine Das wäre auch mal ganz nice Wenn wir so einen finden würden Aber wie gesagt Ich rechne damit nicht So der Baum kann erstmal so bleiben Das fällt gleich alles von alleine ab Ich muss da eben was trinken So Meint ihr Hier sind noch irgendwo ein paar Schafe Ich hoffe es einfach mal Hier ist noch ein bisschen Holz Oh Schaf gehört Wo bist du? Wo ist es? Okay hier irgendwo Es ist ganz nah Ein Schwein ist auch hier irgendwo Und ein Skellert Und ein Skellert Und ein Skellert Weg hier Da ist das Schafe Und Skellert auf jeden Fall auch noch Wolle Perfekt Hoch 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 Hier hoch Dann erstmal hier hoch Damit ich erstmal irgendwie Ein bisschen sicher bin Ich werde mir auf jeden Fall noch einen Weg Nach oben bauen müssen Am besten direkt beim nächsten Mal Wenn ich da hochgehe Aber Ich müsste jetzt erstmal irgendwie sicher wieder Hochkommen So Erstmal hier rüber So ein Skill Jump Hier hoch Hier hoch Hier hoch Und dann natürlich noch hier Oh Gott Das wird nichts Das sehe ich jetzt schon kommen Ich fülle einfach mal das Ding hier ab In der Hoffnung Dass ich darüber Wieder Blätter Sehe Oder Vielmehr sehe ich Blätter dort befinden Ich hoffe es einfach mal Komm Geh kaputt Bitte So lange hältst du nicht mehr Danke Oh gut Perfekt Kann ich mich jetzt nämlich hier hoch bauen Na nö So Das war schon mal ab Und dann kann ich mich auch irgendwie nach oben bauen Hoffe ich Denke ich Ich hoffe es einfach mal Ich werde auf jeden Fall einen Leiter nach unten bauen müssen Das werde ich gleich auch direkt machen Ich hoffe ich habe genug Holz für ein Bett Und Sticks Und dann Leitern Ich denke aber schon So hier mache ich jetzt auf jeden Fall schon mal Bretter raus Wie gesagt das wird später alles irgendwie verschönert Erstmal Muss ich hier irgendwie Eine Existenz aufbauen Und Ja Das geht Gras halt nicht anders Das muss ich halt so machen Ich brauche mich einfach hier hoch Geh mal weiter Bis ich in meinem Haus bin Ich lasse einfach hier so eine Kuhle Denn dann weiß ich wo ich später Runter bauen muss Für mich alles wieder weg machen muss Jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal mein Bett bauen Aus Holz Und Ja Ja aus Holz Und Wolle So Dann hätten wir schon mal das Bett Dann kann ich auf jeden Fall schon mal Sticks machen Oder ne Auf jeden Fall erstmal zubauen hier Ich habe keine Lust auf ungebetene Gäste So das hätten wir dann schon mal Und jetzt machen wir auf jeden Fall schon mal Sticks Und Leitern So Das müsste eigentlich reichen Ich mache aber noch mehr Obwohl ne Sticks brauchen wir noch Aber Ich denke Das war es auch schon mal für die erste Minecraft Folge Im Singleplayer Ist einfach nur so eine Testfolge Ich hoffe sie hat euch gefallen Wenn nicht Sagt es einfach Dann werde ich das Display natürlich nicht weitermachen Aber wenn es euch gefallen hat Dann Bewertet es doch einfach mit einem Daumen hoch Wenn es euch nicht gefallen hat Mit einem Daumen runter Dann sehe ich ob ihr das sehen wollt Ich sage bis zum nächsten Mal Euer Daraus LP